servus leute da liegt ein leckeres drum fisch in der panne ja heute wieder mal fisch erstens total lecker und sehr gesund für den körper ich dachte mir fiel mir wieder etwas mit wie die gute liebe neu hier lässig am kochen ist vielleicht bekommt ihr ja auch lust auf so einen fisch ja er ist mit salz pfeffer und knoblauch gefüllt kann man da jetzt nicht sagen aber ja etwas paniert oder so jedenfalls sehr lecker und eben auch sehr gesund wie gesagt noch zusätzlich etwas knoblauch dazu gibt es kartoffeln gemischt mit viel gemüse und chili einfach wieder mal just for fun so ein video ja das sieht schon wieder mal lecker aus und duftet macht viel besser ein messer darf natürlich nie fehlen ich finde wieder mal das paramilitäre 2 so cool ist ein richtig tolles messer das para 2 ja dieser fisch ist wirklich sehr ergiebig das ist nur das halbe stück von dem was wir heute gekauft haben voll lecker sieht das aus wie gesagt und riecht nachfügel besser ja hier unsere schöne ecke ja große butter die kleinen der kleine butter der die neue gestern von dirk geschenkt bekommen hat eine super nette geste muss ich wieder sagen in der wohnung duftet so lecker leute ich bin schon richtig hungrig ja leute das paramilitäre 2 das hat es mir wieder so angetan das teil siehst du das tolle beim messer sammeln irgendwann besitzt man einige messer und man kann dann durchtauschen je nachdem worauf man gerade lust hat geiles teil hey dirk der tee den du uns geschenkt hast der ist wirklich voll lecker und auch sehr angenehm vor dem schlafen gehen die neu hat super geschlafen letzte nacht ja sehr angenehmer geschmack beruhigend ja danke nochmal also auf thailanisch der tee ist aloe so in der pfanne wie ihr sehen könnt bunter knoblauch drüber gewüse das ganze wurde mit salz pfeffer und zucker verfeinert lecker ihr seht schon da ist etwas chili drin heute haben wir bei einem kleinen laden etwas chili gekauft mal sehen wie scharf die dinge sind sieht schon wieder mal super lecker aus so leute kann ich gar nicht beschreiben wie herrlich diese kartoffeln mit gemüse vermischt und ja ihr seht schon was da alles drin ist chili champignons und lecker gewürzt wahnsinn mir läuft wirklich das wasser im mund zusammen hungrig bin ich sowieso hier mein leckeres stück fisch in steak form also ich die neue und mein mara 2 lassen es uns jetzt schmecken leute ich wünsche euch mahlzeit danke fürs zusehen bis zum nächsten mal ciao